Ja, so warte ich mal irgendwie, dass die da anfangen zu spielen. Hallo, wir sind Herrengedeck aus Hannover. Yeah! Schön, dass ihr alle da seid zum Auftakt dieses Konzertes. Willkommen zur zweiten Musik-Session. Heute sind Herrengedeck, genau, zwei Liedermacher aus Hannover, hier zu Gast im Löwewellpark. Wir haben hier Musik und es ist auf jeden Fall mehr Publikum da und alle freuen sich. Und ein Hund war eben gerade auch da und wollte unbedingt bei uns bleiben. Ihm hat es offenbar auch gefallen. So, ich lasse mich jetzt überraschen, was noch kommt. Schönes Mädchen, spendier dir noch ein Bier. Und danach nehm ich dich mit heim zu mir. Vorher kehren wir noch beim Späti ein. Und kaufen uns was Feines zum Frühstück ein. Sonnenschein, ich lab dich ein. Zu Leckereien und so Mannschweinereien. Danach katern wir den ganzen Tag. Schau mal her, ich hab Eiersalat. Willst du Rührei mit oder ohne Speck? Willst du ein Sekt oder einfach nur weg? Willst du Rührei mit oder ohne Speck? Willst du ein Sekt oder einfach nur weg? Wir sind gerade auf dem Weg von Berlin hierher und wollten hier ein paar Tage Urlaub machen bei seiner Familie. Und ja, ich fand es hier richtig schön, die Stimmung und die Musik. Übergebe sie dir einfach noch mal. Also sensationelle Musik. Der Sänger hat einfach eine mega krasse Stimme. Und das war einfach nur einfach mal zum Chillen, gerade zum Wochenende. Total geil. Ich bin sprachlos. Schönen Dank für den schönen Moment. Dankeschön. Und es kommen auch andere Musiker dazu. Und wir sitzen hier einfach ein bisschen entspannt. Und ich lasse mich so überraschen, was passiert.